Hallo und willkommen bei Kreativ Laura. Heute machen wir Popcorn, das genauso schmeckt wie im Kino. Ohne Schmarrn. Schmeckt einfach genial. Und ihr braucht auch super wenig. Nur ein bisschen Öl, Zucker, drei Esslöffel und um die 50 Gramm Popcorn-Mais. Ja, dann tut ihr erstmal das Öl, Sonnenblumenöl, das ist auf jeden Fall wichtig, kein Olivenöl oder irgendwas anderes, in einen hohen Topf, das ist auch wichtig. Schaut, dass es schön heiß wird und tut dann eben die drei Esslöffel Zucker dazu. Bis das eben so ein bisschen karamellisiert und dann kommt der Zeitpunkt, wo der Mais reinkommt und dann schön kontrollieren, immer ein bisschen rütteln, dass nichts unten anbrennt und das war es dann auch schon. Fertig ist das leckere Popcorn. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie es bei euch geworden ist, würde mich voll freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr solche Sachen sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, am besten mit Glocke und denkt dran, immer schön kreativ bleiben. Eure Laura